Zahnarztpraxis am Berliner Platz. Wir befinden uns bis einschließlich 7. Januar in den Weihnachtsferien. Den Zahnärztlichen Vertretungsdienst übernimmt vom 2. bis 5. Januar die Zahnarztpraxis Dr. Diodoné, Lebigstraße 2 in Rüsselsheim. Telefon 06 142 55 616. Den Zahnärztlichen Notdienst erreichen Sie 24 Stunden rund um die Uhr unter der gebührenpflichtigen Rufnummer 01805 607011. Ab Montag, den 8. Januar, sind wir wieder persönlich ab 8 Uhr für Sie erreichbar. Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank für Ihren Anruf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017